Vielen Dank, sehr verehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung für Maufmann. Ich werde Ihnen im Folgenden darlegen, wie in der Markierung eine Reduktion der Treibhausgasemissionen unter Zuhilfenahmen von rezyklierten Rohstoffen und nachwachsenden Rohstoffen zu bewerkstelligen ist. Ich damit beginne. Ich möchte Sie kurz darauf aufmerksam machen. Das Thema Klima ist eines der Top-Themen in der derzeitigen Diskussion. Alle Experten sind sich einig, dass gleichwertig bedeutend das Thema Ressourcen in der Zukunft sein wird. Wir müssen uns vor Augen führen, im Jahre 2050 werden etwa 10 Milliarden Menschen auf dieser Erde leben und um die Ressourcen konkurrieren. Gerade Europa wird nur etwa 5 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Unser Kontinent ist geologisch nicht mit Rohstoffen gesegnet. Die Ökonomien in anderen Regionen, siehe Asien, siehe auch Mittelost, prosperieren. Das heißt, die Konkurrenzsituation wird sich verschärfen und das traditionelle Geschäftsmodell Europas, nämlich gebaut auf die Verfügbarkeit, auf den Import von Rohstoffen und Energien, wird in der Zukunft strategisch gechallenged. Vor diesem Hintergrund hat sich die EU in dem Programm European Green Deal nicht nur zu zwingen gesetzt, das Thema Klima- und Umweltschutz zu adressieren, sondern hat auch die Ambition, die europäische Industrie in eine ressourceneffiziente Zukunft zu führen, um damit die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts zu sichern. Dadurch sind neben dem Ziel der Klimaneutralität in 2050 als gleichwertiges Ziel die Entkopplung des Wachstums vom Thema Ressourcen als zentrale Ziele im Green Deal formuliert. 2050 mag weit entfernt klingen, aber es sind ehrgeizige Zwischenziele gesetzt. Die Hälfte der Reduktion soll bereits in 2030 erreicht sein. Und die EU hat auf den Politikfeldern wie Klima, Energietransport, aber auch Besteuerung derzeit konkrete Aktionen in Marsch gesetzt, um diese Ziele auch zu erreichen. Das heißt, die Transformation, die Veränderung findet bereits heute statt. Wie antwortet die Industrie darauf? Traditionell energieintensiv und rohstoffintensiv, die chemische Industrie in Unternehmen wie die Röhm GmbH, wie reagieren wir da drauf? Wir finden in allen Strategien der chemischen Industrie Nachhaltigkeit als das zentrale Thema. Die Topics CO2-Reduktion und Ressourceneffizienz sind dabei gesetzt. Die Röhm GmbH wurde in 2019 aus der Evonik ausgegründet, also ein sehr junges Unternehmen mit einer langen Historie. Aber ab der kurzen Zeit haben wir uns ein Nachhaltigkeitsprogramm, direkt werden die Sörte gegeben, dass genau diese Punkte, diese Ziele formuliert, 30% Reduktion des CO2-Fußabdrucks unserer Produkte im Jahr 2030 und einen signifikanten Beitrag zur Kreislaufwirtschaft zu leisten. Die Transformation in der chemischen Industrie ist auf dem Weg. Alle großen Player, insbesondere die Grundstoffchemiehersteller, wo die höchsten Energieeinträge, die höchsten CO2-Fußabdrücke sozusagen entstehen, machen sich auf den Weg. Dabei spielt die Elektrifizierung der Prozesse und die Wasserstoffstrategie die entscheidende Rolle in der Zukunft. Wir als Röhm versuchen in dieser Transformation unseren Beitrag in den Wertschöpfungsketten zu leisten. Beispielsweise auch der Roadmarking-Industrie Rohstoffe mit geringem Einsatz von fossilen Rohstoffen Produkte anzubieten. Die Maßnahmen, die wir also konkret unternehmen, derzeit intensive Kontakte mit unseren Lieferanten, um uns Zugriff auf Rohstoffe mit reduzierten CO2-Emissionen zu sichern, unseren Energiemix zu verändern und Ähnliches, aber auch vermehrt rezyklierte Rohstoffe in unseren Produkten einzusetzen und dabei einen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft zu leisten. Beispiele zeige ich gleich. Es ist also ein ganzes Bündel von Maßnahmen, das ergriffen werden muss, und zwar in Kooperation entlang der Wertschöpfungskette, um solche Ziele, eingesetzte Ziele überhaupt zu erreichen. In gleicher Weise ist natürlich die Markierungsindustrie in der Zukunft herausgefordert, Beiträge zur Einsparung von Treibhausgasemissionen zu leisten und Ressourceneffizienz zu steigern. Es finden sich schon heute vereinzelt Anforderungen in Ausschreibungen nach Größen wie CO2-Emissionen der Markierungsstoffe und es gibt eine Intensivierung für CO2-reduzierte Markierungsstoffe, beispielsweise in den Niederlanden. Das Beispiel wird sicherlich in Zukunft Schule machen. Entlang der ganzen Wertschöpfungskette der Markierung ist von der Entstehung der Produkte, beziehungsweise von der Bereitstellung der Rohstoffe, beispielsweise der Bindemittel durch Röhm, oder auch der Herstellung der Produkte durch Formulierer wie Swarco, sind Beiträge gefordert. Auch die Applikationstechnologie wird den Aspekt Nachhaltigkeit in Zukunft berücksichtigen müssen. Und ich habe heute Beispiele mitgebracht, um Ihnen das zu illustrieren. Erste Umsetzung. Wir haben unsere bekannte Bindemittelpalette Degarut Bindemittel für Kaltplastik erweitert, um Produkte auf Basis von Rezyklat. Erstes Beispiel ist Degarut Proterra 465. Das ist ein Produkt, was zu 30 Prozent aus rezykliertem Rohstoff, aus PMMA-Polymer, wie es etwa in Stegplatten verbaut ist, Lärmschutzwänden auf Autobahnen, aber auch in den Backlight-Units, Streuscheiben ihrer Laptops, das als Rohstoff zur Gewinnung des Basismonimers genutzt, erbietet eine Reduktion des CO2-Fußaktdrucks gegenüber einem herkömmlichen fossil hergestellten Degarut 465-Bindemittel. Sie sehen hier in der Grafik den Vergleich. Blau ist der CO2-Fußaktdruck des Proterra, des rezyklierten Bindemittels, im Vergleich in Grau zum fossilbasierten Produkt. Alle Gebrauchseigenschaften, alle Handhabung ist davon unbeeinträchtigt. Wie hier in den Abbildungen gezeigt, hier sind Kaltplastikformulierungen aus beiden Bindemitteln hergestellt. Im oberen Graf sehen Sie die Viskositäten dieser Bindemittelformulierungen dargestellt, gegenübergestellt im unteren Grafen Topf- und Härtezeiten. Sie sehen praktisch keine Unterschiede. Es ist eine 1 zu 1 Austauschbarkeit gegeben. Das heißt, es ist die nachhaltige Degarut Proterra 465-Lösung. Es ist eine Drop-In-Lösung. Wurde auf der Inter-Traffic in diesem Jahr erstmals vorgestellt, diese Technologie. Das sind mittlerweile auch in der Praxis erste Erprobungen. Auch für Straßenmarkierungsfarben bieten wir unsere Degalan-Bindemittel in Zukunft als Proterra-Version auf Basis rezyklierten PMMA an. Beispiel hier unser Degalan Proterra LP6412. Hier sind 35% des Rohstoffes auf Basis von Rezyklat dargestellt. Führt in diesem Fall zu einer Reduktion der Treibhausgasemissionen pro produzierter Einheit von 15% im Vergleich zum rein klassisch hergestellten Degalan-Bindemittel. Auch hier handelt es sich um 1 zu 1 Austauschbarkeit. Hier sehen Sie die Formulierung einer Markierungsfarbe dargestellt. In Blau wieder auf Basis des nachhaltigen Bindemittels. Degalan-Pro-Terra 6412. Oben die Trocknungszeit. Im unteren Graphen der Vergleich der Viskositäten der Farben. Absolut vergleichbare Eigenschaften. Hier eingesetzt in den Formulierungen sind die klassischen rein fossil hergestellten Lösemittel. MEK-Butylacetat. Es liegt natürlich nahe auch dort. Nachhaltige Alternativen in anderen Formulierungen. Nicht nur das Bindemittel, auch die Lösemittel bieten Ansatzpunkte. Und hier habe ich mal ein Beispiel mitgebracht. Hier sehen Sie die gleichen Formulierungen. Ersten beiden Balken. Die folgenden drei Balken sind Farbformulierungen auf Basis biobasierter Lösemittel. Auch Kombinationen derselben. Man sieht, man kommt in etwa in den üblichen Bereich an Viskositäten. Ein linkes Diagramm. Und kann durch Blends solcher biobasierten Lösemittel durchaus auch die üblichen Trocknungszeiten darstellen. Also die Materialtechnologie auf Basis von rezyklierten oder nachwachsenden Rohstoffen ist verfügbar heute. Gleiches gilt für die Applikationstechnik. Auch da unser Gastgeber Firma Hoffmann hat sich auch hier auf die Reise begeben und bietet neuerdings auch nachhaltige Markierungsmaschinen an. Beispiele hier die Markiermaschine H9E. E steht für Batterieelektrischen Antrieb. Und das jetzt auf grünem Strom basiert. Absolut nachhaltiger Antrieb. Hier sehen wir die Markierungsmaschine im linken Bild im Praxiseinsatz. Anderes Beispiel sind vertikale Preheater, die mit nachhaltigen Optionen neuerdings hier angeboten werden. Kann beispielsweise ein batteriegetriebener, batterieelektrisch getriebener Rührwerk eingesetzt werden. Oder aber anstelle des Dieselbrenners, der ist biotreibstoffbeheizbar. Wir sehen also zusammenfassend die Auswirkungen auf Klima und Ressourcen werden in Zukunft die Top-Differenzierungsmarktmale neben dem Preis selbstverständlich für Materialien, aber auch für Maschinen und Dienstleistungen werden. Wir sehen, wie gesagt, auch heute schon erste Regionen, erste Märkte, wo solche Anforderungen gestellt werden. Das wird Schule machen. Wir als Industrie sind darauf vorbereitet. Die Materialien auf Basis von Rezyklaten oder nachwachsendem Rohstoff sind verfügbar. Alternative Maschinenantriebe sind verfügbar. Wir sind bereit, die Herausforderungen anzunehmen. Wir müssen uns klar machen, hinsichtlich der Haltbarkeit der Markierungen dürfen keine Kompromisse eingegangen werden. Alle neuen Markierungsmaterialien müssen selbstverständlich unverändert hohe Dauerhaftigkeit ermöglichen. Denn jede Remarkierung, jede Erneuerung bedeutet erneuten Ressourceneinsatz, erneuten Energieaufwand. Das heißt, geringere Haltbarkeit würde automatisch höhere CO2-Emissionen bedeuten. Das ist also eine der Größen, neben der Funktionalität der Markierung, die bei allen Neuentwicklungen sicherlich nicht aus dem Auge gelassen werden darf. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und stehe später gerne für Diskussionen zur Verfügung. Vielen Dank.